Hi meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen YouTube Video von mir. Wir sind an einem ganz besonderen Ort und zwar in meiner neuen Wohnung bzw. unserer neuen Wohnung. Ich wohne in einer WG jetzt mit meiner besten Freundin. Es ist noch alles komplett leer und heute ist das erste Wochenende, wo wir richtig was machen. Wir fahren jetzt nämlich gleich zum Baumarkt und fangen an zu streichen heute. Wir müssen schauen, wie es sich ausgeht, weil es wird jetzt nämlich schon dunkel. Ich gebe euch mal eine kurze Wohnungstour von der leeren Wohnung. Hier ist einmal so die Eingangstür. Dann ist hier unser Badezimmer und hier ist unsere Badewanne. Das wird hier alles noch ein bisschen renoviert, also wir fangen hier gerade erst an. Hier steht schon unser ganzes Zeug, was wir brauchen. Und dann haben wir hier einmal einen riesen Spiegel am Eingangsbereich. Hier sind wir einmal dann in Lenas Zimmer. Sie hat hier so viele Schränke, da passt einfach so krass viel rein. Dann ist hier einmal unsere Küche. Wir haben sogar endlich einen Geschirrspüler. Waschbecken, Ofen haben wir auch, Herd. Und sieht eigentlich ganz schön aus schon. Es fehlt nur noch ein Kühlschrank. Der kommt wahrscheinlich hier hin. Und jetzt kommen wir auch schon in mein Zimmer und ich liebe es. Sieht so schön aus und es ist riesengroß. Da werden wir dann oft zusammen chillen. Und hier sieht man schon, die Wände müssen noch gestrichen werden auf jeden Fall. Genau. Und der Boden hier ist noch ein bisschen kaputt. Der wird aber noch repariert vom Vermieter. Genau, das ist die Wohnung. Und ich werde euch jetzt natürlich bei den ganzen Renovierungsarbeiten mitnehmen. Ich freue mich schon so sehr. Wir sind jetzt zurück vom Baumarkt. Lena spachtelt damit schon gerade was zu. Und ich mache euch jetzt einen Haul. Wir haben einmal hier Wandfarbe gekauft, weil wir ja komplett neu streichen nochmal. Dann haben wir hier einmal so einen Eimer und er steckt extrem. Dann haben wir hier sowas zum putzen. Nein, zum streichen. An die Klobüste. Ein Seilpindel. Eine Rolle. Dann einmal Rohreiniger. Wir wollen so einmal so komplett einmal alles durchputzen. Dann die Müllsäcke einfach. Dann haben wir neue Swiffertücher. Für unseren Ofenputzmittel. Und dann noch für den Boden. Und dann noch so einen großen Eimer. Und dann haben wir noch ein paar Snacks gekauft, die wir jetzt essen können. Also ich habe einmal Kaugummi gekauft. Dann haben wir morgen für jeden einen Energydrink. Und gerade haben wir noch jeder einmal Chips. Jetzt spachteln wir und morgen fangen wir an zu streichen. Guten Morgen aus der neuen Wohnung. Ich habe mich gerade schon hier fertig gemacht und habe ein TikTok Get Ready With Me gedreht. Wir kleben jetzt alles ab und fangen dann an zu streichen. Ich freue mich wahnsinnig, aber es wird ein sehr anstrengender Tag, glaube ich. Aber wir sind bereit. Und ja, jetzt geht's los. んです. Tschüss. Wir haben jetzt schon die beiden Zimmer gestrichen, besser haben wir es nicht hingekriegt, weil es davor schon so fleckig war und unsere Farbe es nicht komplett abgedeckt hat. Aber ist egal, da kommt dann Deko drüber. Ich habe jetzt hier so glutenfreie Nudeln. Ich koche die jetzt hier und danach streichen wir dann die Küche. Aber jetzt gibt es erstmal Essen. Okay, es ist jetzt schon lokal draußen und das Licht hier ist echt schlecht noch. Aber wir sind jetzt erstmal fertig mit Streichen und Räumen gerade noch so ein bisschen auf. Und das war sehr anstrengend. Wir haben jetzt den ganzen Tag einfach nur bestrichen und so gut wie es geht gemacht. Nächster Tag in der Wohnung. Wir waren heute schon bei DM auf dem Weg hierher. Und ich mache euch jetzt ein Haul. Wir haben nämlich sehr viel Zeug gekauft. Wir fangen mal an mit den ganzen Beauty-Sachen. So einmal mein Lieblingsshampoo und Lieblingsspülung. Die habe ich früher immer verwendet und ich fand die richtig gut. Deswegen werde ich jetzt wieder verwenden. Einmal Zahnbürste und Zahnpasta, weil ich hier nämlich keine habe und ich will heute unbedingt meine Zähne putzen. Ich habe nämlich bei Lena keine Zahnbürste irgendwie. Und wir haben halt bei ihr geschlafen. Dann habe ich ein neues Dio. Das probieren wir uns gleich aus. Ich will das riechen. Riecht sehr gut. Dann habe ich mir einmal den Soft Glam Filter von Catrice geholt. Ich hoffe, das ist die richtige Farbe. Ich wollte ihn unbedingt ausprobieren. Und ich will ein Video machen auf TikTok, wie ich den mit anderen Produkten vergleiche. Dann habe ich mir noch einen Puder geholt. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Puder, aber ich würde es jetzt unbedingt verwenden, weil es einfach besser aussieht. Ich wollte es mal mit einem günstigen probieren von Essence, bevor ich mir irgendein teures gleich kaufe. Dann meinen Augenbrauenstift. Den habe ich immer. Lena hat sich dann diese Gummibärchen hier für Klee Skin gekauft. Die hat sie nämlich immer. Einen Carmex. Und sie hat sich auch noch ein neues Fixing Spray geholt. Jetzt kommen wir zu den Wohnungssachen. Und zwar haben wir einmal so einen Raumduft gekauft. Dann einmal so zum Klo reinigen. Spülmittel, Hygienereiniger. Dann haben wir gleich so Geschirrspül-Tubs, weil wir jetzt ja eine Geschirrspüle haben. Staubbedelbezüge. Und dann haben wir einmal Swiffertücher. Wir machen nämlich heute Grundreinigung in der ganzen Wohnung. Das ist dringend notwendig. Dann haben wir so eine Scheuermilch für so Oberflächen, glaube ich. Immer solche Handschuhe. Backofen und Grillreiniger. Und einmal zum Abspülen was. Dann noch so eine Bürste. Und einmal noch Brillenputztür hier auf meiner Brille. Steht jetzt alles irgendwie rum. Wir sortieren das jetzt dann gleich. Und dann geht es auch nochmal zum Baumarkt. Ach ja, wir waren heute schon bei einem anderen Baumarkt. Und da haben wir noch so eine Farbe geholt, weil wir nämlich unsere Türen anspringen wollen. Das ist eine Farbe in Matt und Cream. Und wir haben ja gestern gestrichen und diese Wand war so unsere Problemwand. Und ich finde, wir haben es echt gut gemacht. Das sind so ein paar kleine, wenige Flecken, aber eigentlich nur noch da drücken. Weil man sieht es eh nicht so gut. Und sonst kommen da halt Lichterketten hin. Aber es war wirklich schlimm am Anfang. Und ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Aktuelle Raumsituation bei Lina. Ja, da liegt mein Koffer. Und da ist noch mehr Putzzeug. Wir gehen jetzt zum Baumarkt einen Staubsauger kaufen. Okay, wir haben jetzt hier unseren Staubsauger. Wir haben nämlich heute einen Staubsauger gekauft. So sieht der aus. Oh, wir müssen jetzt zusammenbauen. Okay, ich bin jetzt. Okay, ich bin jetzt. Wir haben uns jetzt gerade Sushi bestellt und Frühlingsrollen und so. Und ich freue mich so sehr. Ich habe so doll Hunger. Ich bin jetzt wieder zurück in meiner alten Wohnung. Und morgen früh geht es auch gleich weiter in der neuen Wohnung. Es ist jetzt 23.16 Uhr. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Und ich muss jetzt noch schnell duschen gehen und unbedingt mal meine Haare waschen. Und ich benutze jetzt mein neues Shampoo hier. Und ich freue mich schon sehr auf meine Dusche jetzt. Ich fühle mich wieder wie ein lebendiger Mensch. Und jetzt mache ich noch Skincare und mache meine Haare und dann gehe ich schlafen. Beziehungsweise ich muss noch meinen Koffer packen, weil ich morgen nach Hause fahre. Und ich muss noch ein bisschen Video schneiden. Und dann geht es endlich ins Bett. Ich bin so müde. Nächster Tag. Es ist jetzt ein bisschen laut hier. Der Wind geht heute richtig krass. Wir haben heute schon beide Bäder geputzt und richtig sauber gemacht. Und wir haben endlich auch unseren Boden gesaugt und gereinigt und gewischt. Und es ist so schön sauber jetzt endlich alles. Ich fühle mich gleich schon viel, viel wohler. Und wir waren gerade noch im Möbelhaus und ich brauche jetzt einen kleinen Haul. Wir haben nämlich einmal so einen Teppich gekauft für unseren Eingangsbereich. Der ist so groß und grau. War übrigens beim Mömax und da habe ich auch diese Kerze hier gekauft. Die hat nämlich heute nur 3,50 Euro gekostet. Und ihr kennt ja bestimmt diese Bobbelkerzen. Die sind ja zur Zeit voll im Trend. Dazu dann ein Stabfeuerzeug noch, weil ich habe keins. Dann habe ich mir so eine Schale gekauft für so meine Bowls und mein Müsli und so. Dann einfach 3 so Blumentöpfe bzw. generell so Töpfe. Da kann man ja auch irgendwas anderes reintun. Das überlege ich mir noch. Aber ich will so Basilikum anpflanzen auf jeden Fall. Dann das hier ist für unser Bad. So Löffel. Lena hat einmal Teelichter gekauft. Und dann haben wir hier noch eine Dusche gekauft. Das war das teuerste heute. Die hat 80 Euro gekostet. Aber das können wir dann hier so anbringen, weil das ist bei uns nämlich abgebrochen. Also das war schon. Deswegen mussten wir dann komplett neues kaufen. Und dann haben wir gleich so einen riesigen Duschkopf. Und ja, ich glaube das brauchen wir auf jeden Fall. Und ich freue mich schon sehr, dass wir jetzt eine Dusche haben. Wir haben jetzt einfach die ganze Wohnung geputzt. Es ist jetzt voll sauber. Und wir fahren jetzt... Außer eine Spinnenwebe. Außer eine Spinnenwebe. Aber die machen wir noch weg. Und wir ziehen uns jetzt an und fahren nach Hause. Also es sieht echt ordentlich aus. Hier steht schon mal alles, was wir bis jetzt haben. Hier steht noch so Putzzeug. Genau. Aber sonst ist alles clean. Und auch der Boden. Ich kann endlich mit meinen Socken darüber laufen. Auch wenn die jetzt von heute noch dreckig sind. Aber es ist einfach alles sauber. Und der Boden glänzt. Jede einzelne Ecke hier glänzt. Mehr oder weniger. Der Boden glänzt. Die Vormieter hatten hier einen Teppich drauf. Und den haben sie hier so festgeklebt. Das müssen wir noch nächste Woche runter machen. Da brauchen wir aber noch Mittel für. Aber wir haben ja für hier dann auch schon einen Teppich. Und das ist noch so unsere Mission. Das war es auf jeden Fall mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Video. Beziehungsweise beim nächsten Umzugsvlog auf jeden Fall. Und... Bis zum nächsten Mal.